Guten Tag und ein herzliches Willkommen heute auf dem Kanal Klotzblocks. Wir spielen heute Black Ops 2. Ja, hier seht ihr schon, ich bin Level 44. Ja, bin noch nicht so wirklich weit gekommen. Ich kann euch ja mal eben meine Klassen zeigen. Meine M27 mit schnellem Magazin, Reflex und Vordergriff. MP7 mit Reflexvisier, mit dem grünen Kreuz, als Fadenkreuz dann. Schnelles Magazin und Vordergriff, also das habe ich eigentlich fast immer drauf, außer hier bei das Gage, mit Reflexvisier, dann hier die PDW mit Reflexvisierschall, Dämpfer und Vordergriff und eine Shotgun. Ja, manchmal muss es einfach sein. So, ja, hier Streaks sind sehr niedrig angesetzt hier. Äh, ja, ich muss ehrlich mal dazu sagen, ich habe einige Probleme schon gehabt bei Black Ops 2 bezüglich des Startens. Ähm, wenn ihr da irgendwie, wenn ihr dasselbe habt oder wenn ihr wisst, wie das funktioniert, lasst es mich wissen. Also im kurzen gesagt ist es so, dass bei mir einfach manchmal bei Black Ops 2, wenn ich das neu starte, dass dann im Ladescreen, also da wo unten dann dieses Treyarch-Zeichen da lädt, dass es dann einfach ein Standbild gibt und dass da nichts mehr weiterläuft. Wenn ihr da wisst, ob es irgendwie Tricks gibt, wie man das verhindern kann, lasst mich das auf jeden Fall wissen. So, und was spielen wir jetzt? Wir spielen... Ach, gehen wir mal in die Bonuslisten rein. Ich finde das eigentlich ganz nett. Durch die Bonuslisten habe ich jetzt auch schon ein bisschen Capture the Flake gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also ein Capture the Flake finde ich eigentlich einen recht guten Modus, nicht sogar. Man muss halt... Manchmal kennt man halt auch ein bisschen rum, ein bisschen die Flagge will schützen und sowas, das ist immer... Ja... So... Du darfst doch gerne laden, dankeschön. Ja, äh... Mein... Äh... Gedöns... Meine Meinung zu... Wo ist es so leise hier? Meine Meinung zu Black Ops 2... Black Ops 2 ist definitiv ein sehr geiles Spiel. Da kann man echt... Oh, und da werde ich schon weggenutzt. Oh Gott, Alter, was die da schon für Elbleme haben. Das ist echt der Hammer. Oh, diese Lust, die Leute da... Ist die Elbleme... So, jetzt Crushing... Der Kogo... Mann... Alter... Ist auch sehr geil, ne? Manchmal wird man auch von hinten gekillt. Manchmal wird man aber auch von hinten gekillt. Und jeder nimmt uns mal mit hier. Ach so. Jetzt langsam haben wir nicht langsam auch. Jaaaa... Mhm... Ja... Guckt euch das an, Skill. Einfach schön hier, ne? Head-Clitch. Wischen vor der Win und so. Wechseln das Magazin! Abgeschossen! Wo ist der Bastard? Wo ist der Bastard? Oh, ist der Bastard, oh... Ich hab dich! Alter? Na los, na los! Einzelner Schützer! Aus der Hüfte! Schützer am Boden! Abgeschossen! Ah! Feind ausgeschaltet! Die Drohne nähert sich! So, jetzt haben wir schon wieder das Drohnchen. So... Die Drohne steht bereit! Ja... Die kriegst du auch weg, so... ...wenn ich die Drohne töre oder nicht. Kannst du falls verschwinden. Ach, die Scheiße. Okay. Jetzt kommen wir noch aktiv. Nein, ich bin hier nicht. Boah, verdammt, Alter. Was war das jetzt? Ähm... Zu den Waffen her, so von der Schussstärke und so... Finde ich... ... ist mir noch keine Waffe richtig vorgekommen, die so richtig immer Powered ist. Und das ist mir bei solchen Spielen richtig wichtig, was es gibt. Keine Waffen, mit der die immer alle spielen. Boah, das geht mir so auf den Sack, Alter. Das ist wie bei MW... ... äh... ... bei MW... ... äh... ... bei MW... ... MW-3... ... gab's die ACR, die war richtig krass. Fast schon overpowered. Von den Primärwaffen her dann auch die MW-7. Und jetzt noch die, äh... ... die F-9 Akimbo als Sekundärwaffe, richtig krass overpowered. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, das mal... ... lassen die Sush... ... auch die Scheiße, ja, 2 gegen 1 Fairness... ... for the win! ähm ja finde ich hier eigentlich recht gut gebalanced das habe ich aber auch schon von vielen also als hieber das war das jetzt also was war das ich muss auch sagen aber wenn ich von irgendwas getötet wird dann von es wird er in letzter sekunde wie auch immer das machen würde wirftet wieder einfach hin und was mache ich ja schauen wir uns an hat das sehr geil gemacht auch eine recht geile Waffe so okay gut so weit von der Waffe mt7 anspielen hier mit diesem grünen kreuz finde ich geil dass man das wieder ändern kann man kann jetzt ich weiß nicht kann man die Waffe ändern äh die die Farbe ändern ich weiß dass man bis zum Kreuzeck wechseln kann dass ich beim kreuzern automatisch schon diese sehr komische Farbenänderung das weiß ich die Drohne nähert sich wir gewinnen diesen Kampf so da hinten soll einer man mag da hinten soll einer sein so als sind die alle da hinten super auf den Zeitplan achten auch wenn ich so das Gefühl da hinten vorrückte Krater habe ich so das Gefühl ja hühühüh klare gell ich will mir stellen jetzt liegen ey was da los ey geht gar nicht auch mann so Ihr seht schon, die Runden sind jetzt gerade bei Abschuss bestätigt, sind jetzt nicht so sonderlich hoch. Und hier sieht man mal die MP7, Alter, guck dir mal. Und was mir extremst aufgefallen ist bei Black Ops 2, die Magazine sind ja mal so groß, das ist ja abartig. Ich glaub bei der MP7, ich will jetzt nix lügen, ich glaub 50 Schuss oder so. Wo sie echt sagen muss, Alter, also da kannst du echt. Okay, aus der Lobby gehen wir mal raus, Carrier. Ist eigentlich ne lustige Map, aber komm schon. Wir wollen heute noch ein bisschen was reizen hier. Slums, Sprengkommando, mit so wenigen Leuten. Gut, dann machen wir halt mal hier Standard. Äh, Bodenkrieg. Ja, machen wir mal Bodenkrieg. Ah, ich hasse die Map. Oder machen wir mal hier so Herrschaft, so. So. Ah, alles klar. Hijacked. Herrschaft, wunderbar. Hijacked ist auch ne coole Map. Da hab ich bis jetzt glaub ich die besten Scores gerissen. Das Problem ist immer bei mir. Immer wenn ich gutes Ghost weiß, hab ich nicht aufgenommen. Find ich auch geil. Dann hab ich's halt im Kino-Modus drin. Naja. So ist das halt. Ich werd jetzt einfach mal ein bisschen was aufnehmen. Bis du was wabbeln. Wir verlieren Alpha. So, jetzt haben wir mal das Leben der Empirien. Und. Bäh. Wollt ihr da warten? Alter. Komm, raff dich mal ein bisschen hier. Komm. Ja komm, beweg dich mal nach vorwärts, Alter. Die Spawn bei A. Also. Geht mal zu A hier. Jo. Blitzschlag. Alter. Äh. Also hier ist echt Blitzschlag. Ist das echt sehr würdig zu nehmen. Das geht echt wärmisch. Oh, jetzt kommt wieder die. Oh. Hunter Killer. Kommt da schon wieder ein Gegner? Aber das hätte ich alle. Hör sich scheiß Evo. Ja. Geh. Kommt zuerst den Weg. Huch. Kommt hier zu mir durch. Geknitscht hier. Ja. Komm, Alter. Verpiss dich doch aus dem Spawn, Alter. Das ist der Hammer. So. Komm, jetzt lass uns mal sehen. Oh, Toddinger. Auch fett. So. Mutter. Das ist so cool. Nein. Nein. Alter. Scheiße. Schaffen wir die Drohne erreichen? Nein. Bleib durch die Drohne. Geht einfach nix vergönnt. Achtung. Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, was war das jetzt? Hä? Ist das doch nix explodiert? Ach, kack, Alter. Kack, kack, kackiers. Ja, das ist schön. Geht wieder an. Fem-Kenneln. So. So. Ss. Und vielleicht... Äh, made for win. Ziele Gesichter! Ja! Ich sage... Jawohl! Ja, 50 Assists, Alter. Komm schon. Mach's noch endlich mal. Ah, scheiße. Na, komm durch. Was? Was war das, Alter? Guck, das stirbt nicht. Ich hab auf den Kopf gezählt, ja? Auf den Kopf? Das stirbt nicht. Für mich sehr fern. In jedem Fall. Boah, nein. Hier im Piepen nicht. Hier im Piepen nicht. Hier im Piepen. Schockladung. Alles aber nicht. Ja. Oh, Alter. So. Oh, ne. Na, ne. Na. Du bist immer dabei, ja. Oh, ne. So, ich sag die nahe Distanzie everensens. Es müsste gewappnet, hier. Wir schauen, ob's das bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Wir verlieren C! Ja, was soll ich hier? Der Stand da... Ach, ja klar! Boah, fern ist aber. 4 zu 11. Komm. Das muss man sich doch echt nicht geben, Alter. Jaaaa. Bisschen wunderbar gemacht. Komm, schaut euch an, ey. Ganz stark. wo der hergekommen soll, frage ich mich allerdings nicht. Ja, geil gemacht, wirklich. Ganz fette Sache. Wenn man, wenn man ein paar gute Runden erwischt hat, wenn man es eigentlich relativ gut macht, wenn man gute Runden hat, kriegt man richtig, richtig viele Punkte pro Runde. Das finde ich so geil. Das ist geil. Das ist einfach geil. So, was haben wir hier? Carrier. Ach ne, du. Ich würde das gerne mit einem Newtorn spielen. Weil Newtorn hat sich, ist richtig geil. Ich meine, hat sich ja nichts geändert zu Black Ops 1, ja. Ganz logisches Stand-Off. Capture the Flag. Okay. Dann spielen wir nochmal Capture the Flag. Kein Ding, Digga. MP7, MP7, MP7 oder PDW, MP7, PDW, MP7, PDW, MP7, PDW. Ich glaube, ich bin wieder PDW. Fangt zumindest mal an damit. Allerdings finde ich es auch sehr geil, dass es hier so lange dauert. Ah, okay, jetzt leider. Komm, schau. Lade, lade. Jau. Auf geht's, MP7. Ja, ich bin wieder in the flag. Ja, da kämpft er. Ich hab's gewusst, Alter. Ich guck da immer hoch, Alter, weil die sind da echt immer. Die ist da immer. So. Da kannst du dich echt drauf verlassen, da sind immer irgendwelche Oma-Pumpen. Das ist geil. So. Ich bin hier. Hier. Jo. Der hat mir jetzt nicht die ganze Zeit vorfällt. Scheiß, Mann, Alter, das ist der Hammer. Ich schaue noch mit Ghostrum hier ran. Ne. Boah, Alter, Leute, bitte. Das geht mir jetzt doch grad ein bisschen, bisschen mal auf den Sack. Aber nur ein bisschen. Jetzt eigentlich voll... So, jetzt gehen wir mal hier ran. Ne, wir spielen halt noch ein bisschen. Wir versuchen zwar jetzt mal ein bisschen auf dem Niveau zu spielen, okay. Okay, da ist der. Schauen wir mal, ob hier an der Land kommt. Ja, ist sie, glaube ich. Wir haben ihre Flagge fallen lassen. Okay. Achtung, die feindlichen Truppen haben ihre Flagge zurückgebracht. Scheiße. Mit dem Haubus an. Unsere Flagge ist zurück in der Basis. Nein, 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 nein. Ja! Boah, Alter. Okay, Leute. Ich bin nicht. So. Jetzt haben wir ihn. Halt so viel auf. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber jetzt haben wir ihn, dass wir dann runter liegen. Das geht nicht. Geil. Ach, hier vernickt ganz keine Sache. Oh, hier vernickt ganz keine Sache. So, jetzt kennen wir unsere Humboldt, die auch rumcampen. Ne, das ist Ostlöchengerecht. So. So. Alter, wie ist gelesen der da drauf, ey? Ne, nicht. So, schau mal hier, auch noch 60. Wir haben die Flagge des Feindes erobert. Wir haben die feindliche Flagge. Wir haben die Flagge des Feindes erobert. Ach, scheiße, Alter. Sehr nice. Gut, gut, gut. Null. Ich hab keiner den Kill gemacht. Ich hab... Ich glaub, ein 19 Assist bekommen, ey. Oder so, Alter. Richtig kranker Scheiß. Muss es doch nicht sein. Alter, Double Kill. Double Killers, auch fett. So, dann will ich mal behaupten. Noch einmal. Noch einmal. Ich würde jetzt so gerne mal Juketown spielen. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich den jetzt hier nicht so... Juketown, Mann! Wo bist du? Puh, meine Freunde, meine Freunde, meine Freunde, was ist denn hier los? Was haben wir jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Ich will jetzt Juketown, Juketown. Juketown, 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 Juketown. Hijacked. Wobei hijacked ist, könnte ich jetzt auch mal spielen. Bei Abschlussbestellten spielen eigentlich relativ gut. Nein, kommt, glaub ich, wir wollen die gleiche Logie rein. So, haaa. Carrier, Team Deathmatch. Boah, nee, du. Ganz ehrlich. Nee. So. Boah, Standoff. Nein, ich will doch jetzt kein Standoff spielen. Ich will doch Nuketown spielen. Alter. Klingt nicht fett. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, halt zum Haul, ey. Geh mir nicht auf. Sack, ey. So, gut schon. Nuketown, 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 nuketown. Standoff. Oh, Mann, Leute. Das ist doch... Oh, jetzt nochmal Capture the Flag. Voll die mir eigentlich. Baaah. Baaah. Geil. Aha, ich hab gegeneid. Den schnappen aus. nein nein scheiße du bist einfach zu gut für mich, du bist einfach so skilig, du campst gar nicht rum weil der Camp ist ja sinnlich das heißt du bist schon guter Spieler ich hoffe mich nicht auf dich, ich hoffe mich oh man, oh alter schauen wir uns das nochmal ein das sah so gut aus, ey, super Moment, Moment jawohl, endlich mein Kill ist der erste Gründer hier ist der erste Gründer ist tot, ne, er ist nicht tot er kommt doch heim, duke Trines feindliche Truppen haben unsere Flagge genommen feindliche Flagge wurde zurückgebracht unsere Flagge ist zurück in der Basis Achtung, feindlicher Tarnhelikopter unterwegs ja komm, genau das liebe ich so an diesem Spiel pass auf, das ist immer das Beste ich hab dich grad eben gesehen ich wurde gekillt und danach wurde der, der mich gekillt hat, gekillt das heißt, das war echt Fairness ich weiß, dass wir bei jedem Spiel bei jedem Game, einfach so groß geschrieben ja nix 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 ich komme da immer wieder rein was ist er hier? nix nix feindliche Flagge erlangt feindliche Truppen haben unsere Flagge genommen jawohl, immerhin noch ein Sieg rausgeholt schön, 1 zu 3 immerhin nicht ganz so oft gestorben oh, die Vectors auch ne ganz geile Waffe nice kommt jetzt mal aus der Hüfte, ey richtig kranker Schlosser nein, Mann ich will jetzt einfach mal ne ganz normaler Koffer ich will jetzt mal bleibt mir das heute verkündet oder nicht oder was boah, legt mich am Arsch ja, super kommt da jetzt Newtown oder kommt als Newtown da kommt natürlich Newtown, ganz klar boah, Mann boah, die hatten Newtown grad eben gehabt fair weiß ich überhaupt in diese Lobby reingekommen bin als Newtown kam Newtown 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 Slums Panama City Abschluss bestätigt ey, auch gut ne Panama City äh, Slums find ich auch ne coole Map eigentlich Newtown find ich halt geiler Newtown ist einfach die beste Map, ey da bockt sich das bockt sich jeder Modus einfach, weil die einfach ganz schön so viele Kills machen oh mann ist das Martin Luther es ist irgend so ein Mönch kommt mir grad so vorne auf dem Sockel da auf dieser wunderschönen ja, ne und so ach komm, wüsste was ich komm mal ein bisschen hier äh, mit 20 und so äh, mit 20 und so netter da können wir die ein bisschen oh 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 ja, das war ja ja, okay, ja so, wie hat er das gemacht? oh, was hat er schon gemacht? das ist nicht einfach kein Unweserbischer wir gewinnen diesen Kampf ne, wir wollen noch Tico mal bestätigt. Uuuuuh. Uiuiui. Abschuss bestätigt. Durch. Natürlich. Ist auch wieder am snipen. Lass der Skiller. Lässt ja mal wieder den Ober-Skiller raushängen. Oh ok, ich hab ok. Er ist ja auch ein Skiller. Und jetzt auch noch Sniper. Boah. Alter, so langsam geht hier mir so richtig aus. Und ich mein, das war jetzt nicht mal ein Quickscope. Das wär schön. Ah. Da leckt es und ich hab ihn gekillt. Ne. Der hat mich die ganze Zeit gewinnt. Der hat gewürfen, was denn der wäre. Ich hab's gelitten. Der wollte mich echt verarschen, ey. Boah, die Leute, die denken einfach, sie könnten reden schon leer. Der einzige, der treuen kann, ist es einfach. Es ist und bleibt der Danny Burnage. Uuuuh. Da haben wir auch einen Griff ausgelassen. Hochgeil. Also langsam, ich hab so das Gefühl, es leckt. Nein, das ist doch gar nicht. Meine Freunde, es leckt doch gar nicht, Mann. Seid ihr eigentlich bei mir? Boah. Mach. So. So, soll ich von anderen Seite? Jetzt wollen wir jetzt dann schön wegratzen. Ne? Oh, 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 oh. Nein, meine Freunde, ich kann das besser. Ich muss ja nicht mehr sagen, warum nicht. Ich will nicht. Scheindliche Vorräte unternehmen. Ich will nicht. Boah, Leute. Mein Mann hat mich schon geholfen. Es tut mir leid. Ich muss sie einfach zücken, die Ober-Skiller auf diesem Game. Ne. Ne, wir haben das schon abgehandelt. Woff ist gut. Nicht overpowered. Es geht nicht mehr Licht. Es geht nicht mehr. Ist da ein Modell? Es ist ein Schwertball. Das ist eine Feindliche ohne der RZ. Die erandautung der RZ. Eich ist es so. Ich muss keine Sch решere anziehen. Es ist so ein little anders, aber es geht nicht mehr, oder? Wir wollen die. Haftgranate geht raus! Bewegung! Abschuss verwehrt! Nachladen! Abschuss bestätigt! Ohne erwartet Bewegung! Haben wir den auch noch mitgenommen? Nein! Nein! Boah! Alter! Krank! Krank! Abschuss verwehrt! Nein! Nein! Wir haben noch nicht gedrückt! Ich bin nicht drin! 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 Basta, alter! Kleine Heiferei! Ich bin nicht drin! Zeugtruppe! 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 Boah! Alter! Warum? Warum? Abschuss bestätigt! Erstmal nicht! Abschuss verwehrt! Nein! Mann! Warum? 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 Habe ich das verdient? Habe ich das verdient? Habe ich das verdient? Boah! Geil! Ich glaube vom... vom selben glaube ich dreimal in der Land oder so! Das passt natürlich auf den Zweig! Dass das Spiel einfach geil ist! Und er wirft die Kulat! Und er wirft die Kulat! So! Wunderbar! Ja! Wunderbar! Sehr geil! Okay, dann hauen wir gleich mal die nächste Drohne raus! Wir drohen gesperrne! Verbildete Drohne leer! Abschuss bestätigt! Abschuss verwehrt! Feindlicher Blickschatz! Abschuss bestätigt! Mann! 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 Als balloon wäre meine Fresse! Abschuss verwehrt! So! So. Kein Ding mehr, Freunde. Ja! Was hat er für eine Waffe gewählt? Meine Füße, Alter. Warum kann ich nicht einfach mal eine gute Runde haben? Eine gute. Krasser Schuss. So. Feindlich! War eliminiert. Abschuss bestätigt. Drohne steht bereit. Ich hörts meine Drohne rausgeholt, dass du mit dem Schrauben gebraucht hast. Jawohl. Ich komm jetzt alle durch die Sonne. Feindlicher Orbital sind sie nicht online. Feindliche Drohne nähert sich. Hier noch positiv? Nein. Aber ich bin jetzt in den Level aufgestiegen. Okay, meine Freunde. Ähm. Das war's jetzt erstmal so. Von meiner Seite, während ihr hier noch die letzte Killcamp seht. Ja. Ja. Das Match geht aus. Ich glaub 2021. Das hat auch ein bisschen geleckt. Sollen muss man nicht auf den Laptop schieben. Äh. Jo. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen, schönen Abend. Und. Ja. Haut mal ordentlich rein, gell? Also. Bis denne. Cheers. Mmh. Bye.